Guten Tag, geehrte Zuschauer, im Folgenden sehen Sie einen kurzen Vortrag über das Heidentum. In diesem Video erzählt Wladimir Alexejewitsch Istarchow über die Unterschiede des Heidentums zu den abrahamitischen Religionen. Wladimir Alexejewitsch Istarchow ist der Autor des Buchs Die russischen Götter schlagen zu. Die Verknüpfung zum Herunterladen dieses Buchs befindet sich in der Videobeschreibung. Das Wissen, welches in diesem Buch enthalten ist, hilft dabei, aus der abrahamitischen Lügenmatrix auszusteigen und in ein natürliches Informationsfeld überzugehen, in das Informationsfeld des Heidentums oder der vedischen Kultur. Dieses Video wurde mit der deutschsprachigen Audiospur nicht synchronisiert, weil die Übersetzung länger geworden ist als der Originaltext. Die sinngemäße Übersetzung erfordert das manchmal. Das Originalvideo wird einfach nebenbei abgespielt. Und jetzt kommt das eigentliche Video. Was ist überhaupt Heidentum? Und womit unterscheidet sich das Heidentum von den abrahamitischen Religionen, die man fälschlicherweise als unsere traditionellen Religionen bezeichnet? Auf Russisch heißt Heidentum Jesichestwa. Dieses Wort leitet sich ab vom Wort Jesik, was auf Deutsch übersetzt wahlweise Sprache oder Zunge bedeutet. Und was ist Sprache? Die Sprache ist das mächtigste und auch das einzige Instrument, die Weltschöpfung adäquat zu verstehen. Und ein anderes stärkeres Instrument, die Weltschöpfung adäquat zu verstehen, existiert einfach nicht. Warum ist das so? Weil jedes Wort, jeder Ausdruck der Sprache irgendein reales Fragment der realen Welt, in der wir leben, beschreibt. Nehmen wir beispielsweise folgende Begriffe. Holz, Stein, Mensch, Flasche, Tisch, Decke. Was beschreiben diese Begriffe? Sie beschreiben die reale Welt, in der wir leben. Und es ist der Sprache zu verdanken, dass der Mensch eine dominante Stellung im Tierreich einnimmt. Die Tiere haben zwar ebenfalls ihre eigene Sprache, aber sie ist sehr primitiv und beschreibt irgendwelche primitiven Dinge, wie beispielsweise Emotionen, Sex, Angst und so weiter. Im Vergleich zu der menschlichen Sprache ist die Sprache der Tiere sehr primitiv. Und eben dank der Sprache ist der Mensch in der Lage, die Welt um ihn herum wesentlich umfangreicher zu verstehen. Was ist also das Heidentum als Weltanschauung? Das ist einfach eine Möglichkeit, die Welt um uns herum adäquat zu verstehen. Und nichts anderes ist es. Und darüber hinaus gibt es auch nichts anderes. Es gibt zwar auch noch eine andere Seite des Heidentums, die Magie, aber darüber werde ich heute nicht sprechen. Heute werden wir uns über die Weltanschauung unterhalten. Das Heidentum ist also einfach eine Methode, die Weltschöpfung adäquat zu verstehen, die Welt so zu verstehen, wie sie ist. Womit unterscheidet sich das Heidentum von den abrahamitischen Religionen? Es unterscheidet sich von denen mit allem, mit absolut allem. Weil unsere Zeit bei diesem Vortrag begrenzt ist, kann man im Großen und Ganzen drei prinzipielle Unterschiede benennen, mit denen sich das Heidentum von den abrahamitischen Religionen unterscheidet. Das Heidentum ist auf dem Prinzip des Polytheismus, auf dem Prinzip der Freiheit und auf dem Prinzip des Wissens aufgebaut. Die abrahamitischen Religionen sind auf dem Prinzip des Monotheismus aufgebaut, dass es nur einen Gott gibt. Und sie sind auf dem Prinzip des Glaubens aufgebaut, dass man blind und heilig an etwas glauben soll. Das Heidentum ist eine prinzipiell andere Herangehensweise an das Leben. Es gibt viele Götter, die Menschen sind keine Sklaven ihres Gottes, sondern sie sind die Nachfahren ihrer Götter. Sie sind freie Bürger und sie brauchen an gar nichts blind zu glauben, sondern sie müssen wissen und sie müssen nach Wissen streben, um die Welt so zu verstehen und zu sehen, wie sie in Wirklichkeit ist. Resultierend daraus stellt sich die folgende Frage. Wie kann man die Welt wahrhaftig verstehen? Nun, dazu muss man erst einmal verstehen, was ist überhaupt Wahrhaftigkeit? Ich war gestern bei einem Vortrag, dort wurden Sachen erzählt, das glaubt man gar nicht. Es gibt nur eine Wahrhaftigkeit, die Wahrhaftigkeit des Geistes. Nur die Propheten können die Wahrhaftigkeit verkünden und so weiter und so fort. In Wirklichkeit ist Wahrhaftigkeit das, was tatsächlich der Realität entspricht. Das ist alles. Das, was tatsächlich existiert, was der Realität entspricht, das ist Wahrhaftigkeit. Das ist das Erste. Zweitens, es gibt viele Wahrhaftigkeiten. Ich kann beispielsweise sagen, dass das eine 500ml Flasche ist. Das ist eine Wahrhaftigkeit. Dieser Tisch ist aus Holz. Das ist eine Wahrhaftigkeit. Dieser Stuhl ist schwarz. Das ist eine Wahrhaftigkeit. 2 mal 2 ist gleich 4. Ebenfalls eine Wahrhaftigkeit. 5 mal 5 ist gleich 25. Das ist ebenfalls eine Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeiten gibt es also viele. Drittens, die Wahrhaftigkeit ist konkret. Sie mag kein nichtssagendes Geschwätz. Die Wahrhaftigkeit ist immer konkret. Was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit? Die Wahrheit ist immer an die Aussage eines Menschen geknüpft. In der Natur beispielsweise existiert die Lüge überhaupt nicht. Dort ist alles so, wie es in Wirklichkeit ist. Bei einem Menschen ist es dagegen so, dass wenn der Mensch etwas sagt, was nicht dem tatsächlichen realen Stand der Dinge entspricht, dann bedeutet das, dass er lügt. Wenn er aber das sagt, was dem tatsächlichen Stand der Dinge entspricht, dann sagt er die Wahrheit. Das ist der ganze Unterschied. Somit stellt sich die folgende Frage. Wie ist denn überhaupt in Wirklichkeit der echte Stand der Dinge? Wie viele Götter gibt es? Gibt es nur einen Gott oder gibt es viele Götter? Und gibt es überhaupt Götter? Denn die Atheisten sagen, dass es überhaupt keine Götter gibt. Es stellt sich also die folgende Frage. Gibt es überhaupt Götter? Und wenn ja, wie viele? Um diese Frage überhaupt beantworten zu können, muss man zunächst einmal bestimmte Begriffe ganz klar definieren. Denn heutzutage ziehen es viele Menschen vor, in einer verwaschenen, amorphen Sprache miteinander zu sprechen. Bevor wir also darüber sprechen können, ob Gott überhaupt existiert und wie viele Götter es gibt, müssen wir erst einmal abklären, wer oder was ist überhaupt Gott? Es gibt bereits hinreichend viele Definitionen darüber, wer oder was Gott ist. Und der Kern dieser Definitionen ist meistens der gleiche und ist ziemlich einfach. Gott, das ist derjenige, der alles erschaffen hat. Der Schöpfer. Was bedeutet das, etwas zu erschaffen? Um etwas erschaffen zu können, muss man Energie aufwenden. Es ist unmöglich, etwas zu erschaffen, ohne dafür etwas zu tun. Das heißt, um etwas erschaffen zu können, muss man Arbeit aufwenden, muss man Energie aufwenden. Folglich bedeutet das, dass Gott eine Quelle von Energie und Kraft ist. Das ist Gott. Jetzt lassen Sie uns mal anschauen, ob es Götter gibt und wenn ja, wie viele. Wenn wir alle dogmatischen Denkmuster beiseite legen und uns einfach mal adäquat die Welt so anschauen, wie sie ist, beispielsweise unser Sonnensystem, dann werden wir feststellen, dass die größte und stärkste Energiequelle in unserem Sonnensystem die Sonne ist. Die Sonne, das ist ein realer Gott, Gott Yarila oder Gott Ra. Es heißt immer, dass Ra ein ägyptischer Gott wäre. Das stimmt nicht. Das ist ein slavisch-arischer Gott. Übrigens, in der russischen Sprache leiten sich viele Worte von den Namen der Götter ab. Hier sind einige Beispiele. Raduga, der Regenbogen. Das ist der Bogen des ursprünglichen Lichts Ra. Rasvet, der Sonnenaufgang, das Licht des Gottes Ra. Kultura, die Kultur, Kult des Gottes Ra. An dieser Stelle muss man anmerken, dass es keine anderen Kulturen gibt und auch nicht geben kann. Es gibt keine christliche, keine islamische und auch keine andere Kultur. Es gibt nur den Kult des Gottes Ra. Kultura, die heidnische oder die vedische Kultur des Gottes Ra. Man kann noch viele weitere linguistische Beispiele heranführen, die mit den Namen der Göttern zu tun haben. Das russische Wort Rasum beispielsweise, zu deutsch der Verstand, bedeutet eigentlich erleuchteter Geist. Durch das Licht der Sonne, durch Ra erleuchteter Geist. Ein Gott ist also eine reale Quelle der Kraft und Energie. Ich sage Ihnen sogar noch mehr, wir sind alle Kinder der Sonne und sind komplett von der Sonne abhängig. Sollte es keine Sonne mehr geben, weil sie morgen erlöschen würde, dann würde auf der Erde jegliches Leben aufhören zu existieren. Alles Leben würde aufhören zu existieren. Es würde keinen Jesus Christus, keinen Mohammed geben und auch uns alle würde es ebenfalls nicht mehr geben. Es würde nichts mehr geben. In unserem Sonnensystem ist die Sonne die Quelle, die alles Leben hervorgebracht hat. Wenn wir uns die abrahamitischen Religionen anschauen, dann sehen wir, dass es dort heißt, dass Gott diese Welt erschaffen hat und danach hat er sich zur Ruhe gesetzt. Im Heidentum dagegen heißt es, dass die Götter diese Welt nicht nur einfach erschaffen haben und das war es dann auch. Nein, so ist es nicht. Im Heidentum heißt es, dass die Götter ständig am Arbeiten sind, dass sie beständig erschaffen und den Lebensprozess begleiten. Die Sonne Ra scheint jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, jeden Augenblick und wir interagieren mit ihm ständig. Wir bekommen ständig Energie von der Sonne, die uns das Leben überhaupt erst ermöglicht. Wenn man mit einem Christen, einem Moslem oder einem Juden spricht, dann läuft das Gespräch meistens folgenderweise ab. Hast du Gott überhaupt gesehen? Nein. Hast du dich mit ihm unterhalten? Nein. Wo lebt denn dein Gott? Meistens heißt es dann, ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Naja, im Himmel wahrscheinlich. Im Himmel also? Ja, im Himmel. Hast du in den Himmel geschaut? Ja, habe ich. Hast du deinen Gott gesehen? Nein, habe ich nicht. Er schaut zwar in den Himmel, aber er sieht nicht. Warum sieht er Gott nicht? Nun, weil nicht das Auge sieht, sondern der Verstand. Ein Christ, Moslem, Jude oder Atheist, wenn er in den Himmel schaut, versteht einfach nicht, dass sich dort am Himmel eine reale Energiequelle befindet, die den Menschen das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich macht. Wenn wir uns nachts den Himmel anschauen, dann sehen wir eine große Anzahl an Sternen, Milliarden solcher Sterne wie unsere Sonne. Das sind ebenfalls Götter. Solche Götter sind zahlreich. Es gibt sehr viele solcher Götter. Weil sie aber von uns relativ weit entfernt sind, haben sie für uns eine geringere Bedeutung als unsere Sonne, von der wir die meiste Energie bekommen. Wenngleich die Bedeutung weit entfernter Sterne auf uns nicht gleich Null ist. Sie haben ebenfalls einen Einfluss auf uns. Die vedische Astrologie beispielsweise ist eine Wissenschaft über den Einfluss von Planeten und Sternen auf unser Leben. Das sind alles lebendige Wesen, die auf die eine oder andere Weise auf unser Leben und auf unser Schicksal einen Einfluss haben. Aber dieses Thema klammern wir bei diesem Vortrag aus. Wie dem auch sei, wenn wir uns adäquat die Weltschöpfung anschauen, dann stellen wir fest, dass es viele Götter gibt. Und das entspricht auch unserer eigenen Lebenserfahrung. Wenn wir die Welt um uns herum anschauen, dann stellen wir folgendes fest. Wie viele Fische gibt es auf der Welt? Gibt es nur einen Fisch? Nein, es gibt viele Fische. Und wie viele Bäume gibt es? Es gibt ebenfalls viele Bäume. Und was ist mit Säugetieren? Davon gibt es ebenfalls viele. Und sie sind alle verschieden. Und was ist mit Menschen? Von allem gibt es vieles. Wenn wir uns der zentralen Prinzipien des Aufbaus dieser Welt bei der Erlangung der Erkenntnis über diese Welt bedienen, die bereits von Hermes Trismigestus formuliert wurden, dann werden wir in der Lage sein, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Hermes Trismigestus sagte, Wenn man über irgendwelche Fragmente der realen Welt Erkenntnis erlangt hat, dann kann man aus diesen Erkenntnissen Rückschlüsse ziehen, die sich ebenfalls auf andere Fragmente oder Objekte dieser Welt übertragen lassen. Wenn wir also sehen, dass es viele verschiedene Fischarten gibt, dann können wir durchaus Schlussfolgern, dass es viele verschiedene Menschenarten gibt und viele verschiedene Baumarten. Das heißt, die Welt ist vielfältig. So sieht tatsächlich die Realität aus. Die Welt ist vielfältig. Übrigens, bei den Freimaurern gibt es einen guten und prägnanten Slogan Einheit in der Vielfalt. Das ist eigentlich eine Schlüsselphrase. Was sagt diese Phrase aus? Diese Phrase sagt aus, dass unsere Welt ein einheitliches Ganzes ist, welches aus vielen unterschiedlichen Strukturen besteht und nicht aus einer amorphen Masse von irgendetwas. So ist unsere Welt aufgebaut, wenn man sie unvoreingenommen betrachtet. Wenn also das Heidentum ein System zum adäquaten Verständnis dieser Welt ist, dann muss es folglich etwas mit der Wissenschaft zu tun haben. In Wirklichkeit ist Heidentum und Wissenschaft ein und dasselbe. Heidentum bildet die Grundlage für alle Arten von Wissenschaften. Es schafft ein ganzes zusammenhängendes Weltbild. Die einzelnen Wissenschaften sind lediglich Spezialgebiete, die sich mit bestimmten Bereichen der Natur oder der Weltschöpfung beschäftigen. Was macht das Heidentum so attraktiv? Die Natürlichkeit macht das Heidentum so attraktiv und interessant. Man muss nicht blind an irgendetwas glauben. Und man muss sich auch nichts aus den Fingern saugen. Man kann die Welt so betrachten und so auffassen, wie sie ist. Was ist das Besondere an den heidnischen Göttern? Niemand hat sich diese Götter ausgedacht oder aus den Fingern gesaugt. Diese Götter sind real. Das sind reale Kräfte. Schauen Sie sich einen beliebigen Gott an. Beispielsweise den Gott des Feuers. Das ist ein realer Gott, mit dem wir ständig interagieren. Sein Name ist Agni. Das ist eine reale Kraft in dieser Welt. Diese Kraft ist weder gut noch schlecht. Sie ist einfach nur da und erfüllt ihre Funktion. Das Feuer kann einen Menschen wärmen. Es kann einen Menschen aber auch verbrennen. Oder der Gott des Windes beispielsweise. Vayu. Auf Russisch Striboch. Was ist das? Das ist eine reale Kraft, die existiert. Eine reale Energie. Und alle anderen Arten der Götter, sie beschreiben die Natur so, wie sie in Wirklichkeit ist. Das heißt, sie beschreiben den wahren Stand der Dinge. Dies ist der wahre Stand der Dinge, der durch das Heidentum oder durch die vedische Kultur beschrieben wird. Für viele Menschen, die sich das erste Mal mit der vedischen oder mit der heidnischen Kultur beschäftigen, ist die Vielfalt dieser Welt auf den ersten Blick überwältigend und verwirrend, weil sie mit einer komplett anderen Denkweise aufgewachsen sind. Sie denken sich, oh Mann, so viele Götter, tausende, Millionen von Göttern. Das ist sehr verwirrend. Es ist tatsächlich so. Es gibt viele Götter und sie sind nicht gleich. Es gibt verschiedene Hierarchien der Götter. Über Gott Ra steht Swarok und über ihm wiederum steht der Gott Rot und so weiter bis zum Allmächtigen. Das ist derjenige, der alle anderen Götter zu einem ganzen System vereint. Der Allmächtige steht über allen anderen Göttern. Er hat all diese Götter erschaffen und sie kümmern sich um die Weltschöpfung. Und wenn wir uns die ganze Vielfalt der Götter anschauen, dann können wir alle Götter in drei Gruppen einteilen. Das ist ziemlich einfach. Das ist sowohl im russischen als auch im germanischen und auch im indischen und im chinesischen Heidentum absolut identisch. Übrigens, die indischen Veden wurden den Indern von den Slaven und Arian gebracht und sind eine Abwandlung der Veden aus der slavisch-arischen Kultur. Also diese Vielfalt der Götter kann man in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe, das sind schöpferische Götter. Die zweite Gruppe, das sind erhaltende Götter. Und die dritte Gruppe, das sind zerstörerische Götter. In der slavisch-arischen Kultur gibt es den Gott Rot, der alles Leben erschaffen hat, der in allen schöpferischen Prozessen irgendwelche Objekte beteiligt ist. Im Hinduismus ist es der Gott Brahma. Dann gibt es einen Gott, der für die Aufrechterhaltung und für die Weiterentwicklung des Lebens zuständig ist. Bei uns ist es die Göttin Shiva oder Jiva. Das ist der weibliche Ursprung. Übrigens, im Heidentum gibt es keine Unterdrückung des weiblichen Ursprungs, im Gegensatz zu den abrahamitischen Religionen. Die Frau sorgt für die Aufrechterhaltung des Lebens. Im Hinduismus ist es der Gott Vishnu. Und es gibt den Gott des Todes oder den Gott der Zerstörung. Im Hinduismus ist es Shiva und bei uns ist es Chirnaboch, zu Deutsch Schwarzgott. Und alle anderen Götter gruppieren sich um diese drei Götter herum. Diese drei Gruppen gibt es. Was beschreiben diese Götter? Sie beschreiben die reale Welt, in der wir leben. Die Welt ist so aufgebaut, dass es Prozesse der Erschaffung, der Entwicklung und Aufrechterhaltung gibt und Prozesse der Zerstörung oder des Todes. Nach diesem Zyklus ist die Weltschöpfung aufgebaut. Das ist ein adäquates Verständnis der Welt. Kommen wir zum zweiten wesentlichen Unterschied des Heidentums von den abrahamitischen Religionen. In den zahlreichen Schriften der abrahamitischen Religionen heißt es überall, der Mensch ist ein Sklave Gottes, alles geschieht nach dem Willen Gottes, finde dich damit ab, erdulde alles und leide schweigend vor dich hin. Und so weiter und so fort. Das Heidentum sagt, dass wir keine Sklaven von irgendeinem Gott sind. Nein, das Heidentum sagt, dass wir die Nachfahren unserer Götter sind. Und wir Menschen verfügen über bestimmte Eigenschaften, die uns von den Göttern mitgegeben wurden, die aus den Menschen ein Ebenbild dieser Götter machen. Unter anderem haben die Götter den Menschen die Fähigkeit des Denkens gegeben und die Vorstellungskraft. Sie haben uns den freien Willen geschenkt. Das heißt, wir sind ebenfalls Schöpfer. Wir können ebenfalls erschaffen. Zwar nicht in dem Umfang wie die Götter, aber einiges können wir erschaffen. Diese Flasche, dieser Tisch beispielsweise, wurden von Menschen erschaffen. Wir sind die Kinder unserer Götter. Und von unseren Göttern haben wir die Eigenschaften bekommen, die uns ermöglichen, etwas zu erschaffen. Der eine Mensch hat mehr schöpferische Eigenschaften, der andere weniger. Wir sind also keine Sklaven, wie das in den abrahamitischen Religionen heißt. Und wir sind auch keine willenlosen, amorphen, unbedeutenden Kreaturen, wie uns das der Kommunismus vermitteln möchte. Warum wird das Heidentum und die vedische Kultur heute immer populärer? Nun, die Menschen spüren einfach, wenn sie sich mit der vedischen Kultur beschäftigen, dass es etwas Natürliches ist, etwas Ursprüngliches. Das Heidentum gibt den Menschen die Möglichkeit, sich als Schöpfer in dieser Welt zu sehen und nicht als irgendwelche hilflosen Sklaven. Und der dritte Unterschied des Heidentums zu den abrahamitischen Religionen besteht darin, dass das Heidentum auf dem Prinzip des Wissens aufgebaut ist. Das Heidentum sieht überhaupt keinen blinden Glauben vor. Man muss nicht an irgendetwas glauben. Man muss einfach wissen und verstehen. Jetzt kommt eine Frage aus dem Publikum. Ich habe eine sehr kurze Frage. Sind verschiedene heidnische Kulturen untereinander konfliktbehaftet? Antwort Aus Sicht des weltanschaulichen Standpunktes existieren zwischen den verschiedenen heidnischen Kulturen keine prinzipiellen Unterschiede. Wenn man sich die verschiedenen heidnischen Traditionen anschaut, die indische, die chinesische, die germanische, die russische und so weiter, dann wird man keine prinzipiellen weltanschaulichen und ideologischen Unterschiede feststellen. Was generell Konflikte angeht, nun, die Welt an sich ist konfliktbehaftet. Der Konflikt ist eines der wichtigsten Grundprinzipien des Lebens, auf denen diese Welt aufgebaut ist. In den heidnischen Zivilisationen gab es jede Menge Kriege, Eroberungen und Kämpfe. Die Welt ist auf dem Prinzip des Kampfes aufgebaut. Wenn es keinen Kampf mehr geben wird, dann wird diese Welt sofort sterben. Wenn Sie sich beispielsweise das chinesische Heidentum anschauen, welches auf dem Prinzip des Konfuzianismus und auf Yitzin aufgebaut ist, dann werden Sie sehen, dass das wichtigste Symbol dort das Yang-Ying-Symbol ist. Das sind zwei Ursprünge, männlich und weiblich, schwarz und weiß und so weiter. Das sind zwei Pole, zwischen denen das Leben stattfindet. Das erste Gesetz der Dialektik besagt, dass die Ursache für die Entwicklung des Lebens in der Einheit und im Kampf der Gegensätzlichkeiten liegt. Wenn es keinen Kampf mehr geben wird, dann wird es auch keine Entwicklung geben. So funktioniert unsere Welt. Deswegen wird es immer Konflikte geben und wir können und sollen uns nicht vor ihnen verstecken oder weglaufen. Wenn wir also im Heidentum über Konflikte untereinander sprechen, dann kann man sagen, dass in Bezug auf die grundlegende Weltanschauung es keine prinzipiellen Konflikte gibt. Wenn wir aber über Konflikte sprechen, in denen es einfach nur um den Kampf für seinen Platz unter der Sonne geht, dann ja, solche Konflikte gab es und wird es auch immer geben. Schauen Sie einfach ins Tierreich. Eine Katze frisst eine Maus. So ist diese Welt aufgebaut. Auf den Prinzipien des Kampfes. Frage aus dem Publikum Sagen Sie bitte, im Heidentum oder im Neo-Heidentum oder in der vedischen Kultur gibt es so etwas wie Unsterblichkeit oder ist Inkarnation die Unsterblichkeit? Antwort Im Heidentum oder in der vedischen Kultur ist der Tod ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Aber unter dem Begriff Tod versteht man im Heidentum nicht einen Übergang ins Nichts oder in irgendwelches Paradies oder in die Hölle, sondern es ist einfach eine Tür, ein Übergang in eine andere Welt. Das ist alles. Die Seele ist unsterblich. Wenn der materielle Körper des Menschen stirbt, dann geht die Seele in einen anderen Zustand über. Und im Heidentum gibt es so etwas wie die Sünde nicht. Dort gibt es den Begriff Karma. Gutes Karma für gute Taten und schlechtes Karma für schlechte Taten. Wobei im Heidentum im Vergleich zum Christentum sich das Verständnis von guten und schlechten Taten zum Teil sehr stark unterscheidet. Wenn der Mensch im Laufe seiner vielen Inkarnationen gutes Karma ansammelt, göttliche Charaktereigenschaften entwickelt, dann kann er ebenfalls zu einem Gott evolutionieren. Und wenn der Mensch schlechtes Karma ansammelt und degeneriert, dann bekommt er im nächsten Leben eine Inkarnation als irgendeine willenlose jämmerliche Kreatur. Alles hängt davon ab, wie der Mensch sein aktuelles Leben gestaltet. Aber der Tod an sich ist kein Ereignis, an dem die menschliche Existenz komplett aufhört, weiter vorzubestehen. Oder dass nach dem Tod des materiellen Körpers nichts weiter existiert. Im Heidentum gibt es so etwas nicht. Frage aus dem Publikum. Wie stehen Sie zum Konzept der holographischen Struktur der Weltschöpfung? Können Sie darüber etwas sagen? Antwort. Wissen Sie, das ist schon eine Frage, die zu sehr in die Physik hineingeht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Frage in der Kürze der Zeit beantworten kann. Aber um es kurz zu machen, ja, im Heidentum gibt es das Konzept davon, dass die Information über alles sich überall befindet. Hier in diesem Raum befindet sich die Information über das gesamte Weltall. Und ich weiß nicht, wie ich diese Frage in der Kürze der Weltschöpfung habe.